hallo zusammen ich grüße euch ganz herzlich ich hoffe es geht euch gut schön dass ihr wieder bei mir seid ich möchte heute ein thema aufgreifen und zwar wie finde ich den richtigen hundetrainer oder die richtige hundeschule ja einige von euch haben genau diese frage an mich gestellt und ich kann euch eins vorweg sagen der richtige hundetrainer wird nicht mit dem kopf gesucht er wird mit dem bauch gefunden ja tatsächlich nämlich mit dem herzen wenn ihr euch auf den weg macht und wollt mit eurem hund ein paar bestimmte dinge lernen oder ein paar bestimmte dinge abstellen dann ist es wichtig dass ihr euch mit einem menschen eures vertrauens auf den weg macht und ein guter hundetrainer oder hundetrainerin ich sage jetzt nicht immer hundetrainerin oder hundetrainer ich meine beide also wenn ihr einen guten hundetrainer sucht dann solltet ihr mit ihm zusammen einfach mal am anfang ein gespräch führen was unabhängig von dem hund ist folgt oder also einfach mal so ein bisschen über euch erzählen er erzählt ein bisschen über sich und vielleicht hat er sogar einen hund dabei von sich den er euch zeigen kann und ihr sagt dann das ist ein super sympathischer hund der ist sehr freundlich hat selber nicht die größten probleme das ist auch immer ganz schön für die vertrauen um die vertrauensbasis aufzubauen ist aber auch nicht schlimm wenn der wenn der hundetrainer jetzt ein hund hat wo nicht alles rund läuft also es gibt auch leute die sitzen in der regierung und bei denen läuft in der familie auch nicht alles rund was ich damit sagen will nobody ist perfekt ja deshalb versucht bitte auch darf ein stück weit verständnis aufzubauen ich habe selber auch neun hunde und die sind jetzt auch nicht in jeder situation die vorzeige hunde also ich kann mit denen ja schon ganz gut leben und wir haben auch unsere stärken in der beziehung und wir haben unsere schwächen und es ist alles erlaubt also weder der hund noch der hundetrainer müssen genauso wenig wie ihr 100 prozent geben immer und immer wieder wenn ihr merkt bei diesem gespräch dass ihr euch wohl fühlt also dass ihr ein gutes gefühl habt dass ihr merkt nicht nur diese die sachen die er so erzählt die finde ich irgendwie logisch sondern ich fühle mich auch gut vom vom bauchgefühl aufgehoben das ist finde ich enorm wichtig dass wenn man sich auf eine längere reise begibt heißt also man hat irgendwelche probleme mit seinem hund und man sagt so ich möchte jetzt mit dem hundetrainer die nächsten wochen monate verbringen dann sollte man sich auch schon irgendwo gut verstehen also man sollte das gefühl haben ach ich freue mich schon wenn ich wenn ich meinen coach das nächste mal sehen ja wenn ihr das nicht habt dann lasst es lasst es einfach wenn ihr wenn das gefühl vom bauch kommt nicht vom ego anteil also wenn euer coach euch vielleicht zwei drei sachen gesagt hat die euer ego getriggert haben wo das dann sagt bonnet das lasse mir aber nicht gefahren also das sowas lasse ich mir nicht sagen da gehe ich nie mehr hin ins schlechte google bewertungen ort also nein nicht wenn das ego sich angegriffen fühlt sondern wenn das herzgefühl das bauchgefühl euch mitteilen nee das ist es nicht also der unterschied ist ganz klar dass wenn der ego anteil sich angesprochen fühlt dann sind es dinge die wirklich wo der wo der coach den den nerv getroffen hat bei euch und wo ihr dann noch mal zwei drei tage erst mal in ruhe nachdenkt bevor ihr die nächste entscheidung trefft wenn euch nicht persönlich angegriffen hat sondern ich nur auf ein paar dinge hingewiesen hat freundlich dann nicht sofort irgendwie beleidigt sein oder seid es ruhig seid es aber denkt mal kurz auch noch ein bisschen drüber nach weil grundsätzlich will ein coach euch nichts böses so ja es gibt auch die coaches aber es gibt auch solche restaurants und es gibt auch solche ärzte und es gibt auch solche fußballtrainer und ist da wenn wir da jetzt rein gehen dass es immer zwei seiten gibt ja logisch klar es gibt auch menschen die finden euch wo ich dich gerade anspreche super genial und dann kommt jemand anders um die ecke und sagt okay kann ich leiden total unsympathisch also da sollte man schon sehr offen mit umgehen wenn ihr also spürt das ist echt ein gutes gefühl und wir haben heute unsere erste coaching stunde gehabt wir haben uns unterhalten das war total wärmherzig ich habe mich richtig wohl gefühlt auch und ich habe mich verstanden gefühlt ich bin nicht runter gemacht worden dass ich das gefühl habe ich bin zu dämlich um meinen hund zu erziehen und ich habe alles verkehrt gemacht also wenn man wenn man euch so kommt dann bitte zack paf ende das bringt nichts also wenn er nur runter gemacht werdet das hilft euch nicht weiter aber seid bitte offen für veränderungen ja für eure veränderungen der coach kann nicht einfach kommen und sagen ich schnipp 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 ist alles easy und wenn auch wenn du nicht mithilfst werde ich euch trotzdem ganz eine ganz wundervolle mensch und beziehungen herbeizaubern das haut nicht hin deshalb helft auch dem coach denn ihr könnt der schüler des coaches sein aber auch der lehrer weil ihr könnt bestimmt auch sachen die der coach nicht kann aber in erster linie ist er da um euch bei der mensch hund beziehung zu unterstützen und wie gesagt wenn ihr euch darauf freut wieder nächste woche in das restaurant zu gehen und da lecker essen zu gehen wenn ihr euch wenn ihr einen menschen kennengelernt habt wo ihr sagt ich freue mich echt wenn ich ihn das nächste mal wieder sehe wenn ihr euch verliebt habt auch das sind die gefühle die ihr leben dürft und wenn ihr die fühlt und auch bei einem coach fühlt jetzt nicht mit dem verlieben gute kann natürlich auch passieren aber dann ist ein anderes thema ist da mache ich eine andere folge aber wenn ihr das habt wenn ihr dieses warme gefühl habt dass ihr euch auf den nächsten termin freut weil der termin der stattgefunden hat schon so schön war dann seid ihr richtig aufgehoben und dann geht es ja im besten fall über euch zum hund und dann könnt ihr euch auch mal so präsentieren wie ihr wirklich seid also lauft nicht zu lange mit eurem coach ich sage immer um den block laufen fünf mal und dann erzählen was wirklich sache ist sondern seid ehrlich seid offen zu eurem coach denn das hilft ihm auch dabei dass er euch besser versteht wenn ihr ihn belügt wenn ihr ihm sagt ja also mein hund hat noch nie einen anderen hund angegriffen oder nur mal so gezwickt ihr wisst aber selber dass euer hund schon mal richtig zugelangt hat dann sagt es bitte ich finde das überhaupt nicht schlimm wenn man wenn man einen hund hat der eine aggressionsbereitschaft zeigt der vielleicht auch schon einen anderen hund gebissen hat wenn er dann einen maulkorb trägt und man geht offen und ehrlich mit der situation um dann ist das absolut in ordnung also wisst ihr wie viele menschen draußen rumlaufen die eigentlichen maulkorb bräuchten die eigentlich eine menschenschule bräuchten auch wieder ein spannendes thema oder so wer braucht eigentlich die schule der mensch oder der hund ich finde beide ich finde beide für beide ist es ganz gut wenn sie mal in die schule gehen oder ins lernen gehen ja aber wenn ihr dann mit eurem coach unterwegs seid dann erzählt ihm bitte von euren alltagssituation sagt ihm natürlich wo wo eure probleme liegen und wenn er einfühlsam ist dann wird er das natürlich von selbst also von von sich aus schon so gestalten das gespräch dass er euch die dinge entlockt die eben da auch wichtig sind um in eine veränderung zu kommen und das bringt euch dann gemeinsam auf einen wundervollen weg im vorfeld finde ich könntet ihr auch bekannte fragen freunde fragen hunde halter fragen denen ihr begegnet heißt natürlich nicht immer dass eine hunde halter a dann euch sagt ja er geht mal zu dem und dem coach der ist total super und er versteht euch trotzdem nicht mit ihm dass das kann natürlich sein es ist auch hier im revier für hunde so dass es ich habe ja mehrere coaches hier dass es auch menschen gibt die sagen mit mit dem coach oder dem komme ich da kommen wir irgendwie nicht komme ich nicht richtig mit klar da kommen wir nicht weiter und dann wechselt man intern hier bei uns im revier für hunde den coach und dann geht man wieder in eine andere richtung und dann klappt es hervorragend also da bricht sich auch hier kein anzacken aus der krone als coach wenn wenn man dann hört ja okay der mensch kommt mit mir irgendwie nicht so richtig klar da geht man auch immer gerne in die selbstreflexion ding dong und das ist überhaupt kein problem seien der ego anteil in einem ist zu groß deshalb no ego wir können es nicht vermeiden aber es ist immer ganz gut wenn wir es weitestgehend versuchen auszuschalten damit machen wir uns deutlich weniger probleme unter coach hat es auch einfacher also wenn ihr euch da öffnet dann kann der coach euch auch viel viel besser helfen und eurem hund auch ihr macht euch dann gemeinsam auf die reise und was ihr da erlebt das kann ich euch jetzt hier natürlich nicht in in worte fassen sondern das ist einfach das ganz ganz viel gefühl da sind ganz viele spannende ereignisse da gibt es rückschläge da gibt es fortschritte da gibt es momente wo ihr da sitzt und heult da gibt es momente wo ihr nach hause geht und sagt boah genial ich habe das jetzt geschafft bin jetzt zum dritten mal ohne stress an einem hund vorbeigekommen danke lieber coach können auch gerne mal eine nachricht schicken ihr könnt auch gerne mal anrufen ihm das mitteilen das tut den coaches auch gut wenn die dann auch mal hören ich habe meine 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 arbeit gut gemacht ist auch nicht immer eine selbstverständlichkeit weil manche hunde sind auch echt schwierig und manche menschen sind auch schwierig manche coach sind auch schwierig und hat aber auch da bitte verständnis füreinander dass der der coach ist kein 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 heiler der ist jetzt keiner der irgendwie euch mal die hand auflegt und alles ist super ihr müsst da schon stück weit auch mit in die veränderung gehen und die bereitschaft zeigen dass ihr da bock drauf habt und wenn das so ist dann werdet ihr auch relativ zeitig fortschritte machen ist das nicht der fall dann hängt ihr schon zu lange in diesem problem kostüm dann ist der hat dann muss der coach euch erst mal so ein stück weit auch knacken vielleicht auch so mal mit euch neue wege gehen neue lösungswege aufzeigen denn überlegt mal manchmal kommen hier leute hin die sagen ja ich war schon bei 400 trainern und die haben irgendwie alle das hat alles nichts gebracht da geht bei mir sofort so ein lämmchen an so ein alarm lenkt lämmchen und sagt also vier coaches alle haben es nicht gebracht und irgendwie und der mensch versucht noch und das mag ich überhaupt nicht dann über einen anderen coach herzuziehen das ist nicht in ordnung bitte lasst das sein geht nicht zu irgendeiner hundeschule und erzählt dann ja die hundeschule meyer müller weiß ich schwer die waren ja so schlecht und das war das machen das nicht in ordnung macht es bitte nicht also wenn ihr schon jahrelang probleme mit eurem hund habt oder er mit euch dann habt ihr auch verständnis für dass ihr nicht zu einem coach geht oder zum zweiten dritten vierten und der dann irgendwie euch die probleme wegzaubert ihr habt viele dieser probleme mit eurem hund selber herbeigeführt nicht weil ihr das wolltet sondern aus unwissenheit und ihr könnt dann nicht andere menschen dafür verantwortlich machen dass wenn euer hund die ganze zeit andere hunde anpöbelt und ihr das schon seit vier jahren unterstützt und ändert aber nichts daran an eurem verhalten sorry dass dann der das dann der hundetrainer der coach eben euch da schnellstmöglich alle probleme weg macht die ihr euch über jahre gemeinsam mit dem hund die sich da so angesammelt haben die probleme und das dass der coach euch das innerhalb von stunden von einer stunde am besten weg macht das kennen viele coaches vielleicht auch ne so die frage vom vom hundehalter dann ja wie lange brauchen wir denn dafür also ich habe jetzt seit fünf jahren das problem dass mein hund fahrradfahrer jagt das müssen wir wegkriegen wie wie lange dauert das und wie teuer also wie viel kostet das denn und wie schnell geht das denn weg realistischer eindruck eines coaches wäre dann zu sagen das kann ich jetzt hier in dem augenblick nicht sagen weil ich euch gar nicht kenne das ist das erste gespräch ich muss mir erst mal ein bild von einem hunden von dir von eurer beziehung machen und dann sieht die welt auch schon wieder anders aus gut also gute hundeschule guten hundetrainer findet man mit dem bauch und mit dem herzen nicht mit dem kopf man kann mit dem kopf im internet gucken man kann sich bestimmte sachen raussuchen aber wenn dann die erste begegnung kommt dann entscheidet der bauch und nicht der kopf also wenn ihr merkt im restaurant es schmeckt nicht obwohl ich fünf freunde gesagt haben die pizza ist die beste in der stadt und ihr sagt mir schmeckt es aber nicht dann es doch nur die vorspeise die suppe zu übrigens auch noch ein tipp kann auch sein dass euch ein coach in bestimmten bereichen super helfen kann in anderen wiederum nicht und da habe ich auch nicht dieses problem dieses konkurrenzdenkens so es gibt zum beispiel coaches die jetzt sagen hör mal für euch wer man trailing total super oder eben eine andere beschäftigung mit dem hund ich sage dann vielleicht ja ich fände es super wenn er einmal in der woche in die huta kämen und wenn man sich da so wenn das wenn sie verschiedene elemente sich verbinden dann und nachher ist der hund und der mensch glücklich heißt doch ist doch super ich meine wenn der hund sagt ich mag hundetagesstätte genauso wie einmal in der woche agility oder sonstige beschäftigungsmöglichkeiten die die beziehung vertiefen oder und auch stärken zwischen menschen und hund ja dann ist das doch ist doch super ist doch super also gibt gibt auch sicherlich hunde die sagen auf den coach habe ich keinen bock also geht man irgendwo anders hin wenn ihr aber sagt ja aber er er muss es sein und der hund hat aber einfach keine lust auf diesen menschen dann lasst es weil es bringt es in den meisten fällen nicht weil ihr dann nicht weil der hund dann ein riesenproblem hat sondern ihr habt ein riesenproblem weil sich ein anteil in euch weigert weiter den hund coachen oder euch coachen zu lassen weil er ja spürt mein schatz mag diesen coach diesen menschen nicht also und mein schatz mein hund dem der soll doch mit jemandem der soll auch von jemandem lernen den er mag versteht ihr also zwingt euren hund nicht den hundetrainer zu lieben gerade am anfang kann es sein dass der hund sich auch verweigert weil er sagt ja der coach ist mir einfach zu konsequent habe ich keinen bock drauf ich bin bei dir gewohnt mich daneben zu benehmen daneben zu benehmen und ich da kann es nicht durchziehen also lasst uns bitte gehen wir gehen nach hause ich möchte mein ding weiter leben ja da bleibe ich bei der hund sollte den coach mit aussuchen aber nicht bei jeder gelegen direkt bei der ersten besten gelegenheit wenn er und sagt also du bist mir jetzt so konsequent lieber coacher gehe ich lieber wieder mit papa oder mit mama nach hause und bin nämlich wie der letzte hänker und die leute sagen dann ja auch wirklich zu konsequent hatte mein hund auch totale angst wenn ihr aber spürt dass ihr nach einer gewissen zeit oder keine angst vom trainer sondern respekt vom trainer vom coach wenn ihr bemerkt dass er nach einer gewissen zeit einfach dass die zwei keine basis finden und ihr dadurch natürlich auch gehemmt seid mit dem coach nimmt eine gute basis aufzubauen dann lasst es das ist quälerei das ist und quälerei sollte es nicht sein es sollte schön sein wenn man zu hundeschütteln geht also ihr solltet euch darauf freuen wenn ihr das nächste mal zu eurem coach geht fahrt mit eurem hund und euer hund muss ich nicht unbedingt die ganze zeit freuen weil er soll ja auch den nötigen respekt erlernen und da gerade in situationen wo 100 komplett ausrasten muss nicht der der hund jetzt jedes mal sofort da stehen und sagen ich bekomme jetzt meine grenzen aufgezeigt und das finde ich ganz ganz toll da gibt es auch hunde die sagen will ich nicht was das thema leckerchen oder verschiedene trainingsmethoden angeht finde ich dass leckerchen ihren raum haben wenn ihr meint ihr müsstet euch schokolade mitnehmen auf den spaziergang dann nehmen sie mit ich finde das gut dann ist immer das hilft da könnt ihr wunderbar eure nerven beruhigen nein aber auch für die hunde wenn ihr was mitnehmen wollt und das unterstützt euch und habt ihr so eine so eine gewisse ja stärke bekommt ihr dadurch dass ihr wenn ihr was in den taschen habt dann nehmt das mit das ist absolut hilfreich und gerade am anfang der beziehung und das können wir dann so ein bisschen ausschleichen ich finde es nicht gut dass wenn man irgendwie rechts schinken würfel links käse vorne die besten leckerlis und der hund reagiert dann trotzdem irgendwann nur noch auf die leckerlis aber nicht mehr auf den menschen das dann auch nicht so prickelnd alles das was mit gewalt und härte zu tun hat hat beim coaching nichts verloren ganz einfach dass es da richte ich auch meine bitte an die coaches da draußen bitte nicht unverschämt oder respektlos und distanzlos mit den menschen und mit den hunden umgehen das ist so das was ich nach draußen schicke ansonsten wenn ihr damit spielzeug arbeiten wollt ob ihr klickern wollte ob ihr wenn der hund nicht blöde geklickert wird und kaputt konditioniert wird auch alles in ordnung wenn er nicht irgendwann so ist weil er zu viel lecker schon bekommen hat wenn er nicht die ganze zeit irgendwann so neben seinem menschen steht weil er den ball haben möchte denn der mensch in der tasche hat der hund ist nur noch drauf und kann keinen kontakt mehr mit artgenossen aufnehmen sieht sieht nichts mehr von seiner umwelt weil er nur noch eben fixiert auf eine bestimmte sache ist da finde ich auch alles im rahmen also spielt mit euren hunden habt spaß findet den richtigen coach und macht es aus dem bauch heraus denn euer bauch hat recht und der kopf der lügt in den meisten fällen gut viel spaß beim coaching sowohl coach als auch hundehaltern ihr könnt immer voneinander lernen und miteinander lernen übrigens sprecht nicht übereinander sondern miteinander ich wünsche euch einen schönen tag ich hoffe dieser beitrag hat euch gefallen wenn ja dann klickt hier unten und begleitet mich auf meinen sozialen medien netzwerken wie auch immer freue ich mich auf euch bis bald